Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf Check That Snack und heute ein neues Produkt von dem 2 Lachgummi Tropic Aras, Fruchtgummi mit Vitaminen, aha, das sind halt hier so Aras und hier haben wir die Vitamine die enthalten sind, das sind nämlich Vitamine für die Familie enthalten, okay, das sind hier die Nährwertangaben, das ist eine Kombination von Vitaminen und die Garantie sowie die Zutaten, Fruchtgummi mit Vitaminen in tropischen Geschmacksrichtungen, dann, aha, ja, naja, machen wir das mal auf und schauen uns das an, holen wir mal die Aras raus, schauen wir mal, da fällt schon einer weg, wir haben hier so einen grünen, grün-gelb-rot-ara, da haben wir hier einen gelb-rosa-roten Ara, wie rum gehört das eigentlich, ah, keine Ahnung, ähm, was haben wir hier noch, so einen rosa-roten Ara und noch so einen orange-rot-farbenen Ara, ich glaube das war's, ja, diese 4 Ara-Sorten haben wir enthalten, probieren wir mal, ja, vom Geschmack her und von der ganzen Aufmachung her, erinnert das natürlich an Haribo Tropifrutti, ja, so ein tropischer Geschmack, wa, genau, konnte ich jetzt nicht sagen, nach was das erste geschmeckt hat, also sie sind halt außen so ein bisschen knackig und innen so weich und jetzt probieren wir das mal, ja, probieren wir das nächste noch, ja, jetzt haben wir das letzte noch, ja, schmeckt wie Tropifrutti, nichts Außergewöhnliches, wenn ihr die Dinger mögt, werden die hier euch auch schmecken, wie findet ihr die, lasst mich das mal wissen, bis zum nächsten Mal, ciao.